Computer-Logbuch des diensthabenden Captains, Botschafter Worf an Bord der USS Avengers. Ich wurde vorläufig von meinen Pflichten auf der klingonischen Heimatwelt versetzt, um bei einer Situation im Baku-System zu vermitteln. Die Sternenflotte übergab mir das Kommando über die USS Avengers, um alle Feindseligkeiten abwehren zu können, die möglicherweise entstehen. Hier ist Botschafter Worf von der Vereinigten Föderation der Planeten. Ihre Anwesenheit in diesem Sektor stellt eine Verletzung der Rechte des Baku-Raums dar. Ihre Schiffe werden daher aufgefordert, den Sektor sofort zu verlassen. Dieser Teil des Weltraums gehörte uns schon lange, bevor die Föderation überhaupt existierte. Wir sind gekommen, um zurückzufordern, was uns gehört. Jede feindliche Aktion ihrerseits gegen die Baku wird von der Föderation als Kriegshandlung gewertet. Wie Sie wollen, Botschafter. Sie haben die Schilde eingeschaltet und Ihre Waffen aktiviert. Auf Gefechtsstation! Ja, moin, Leif, Lüt und willkommen bei einer neuen Folge von Star Trek Armada 1. Wir müssen in dieser Folge jetzt die Sternenbasis vor den Zona beschützen und Worf muss überleben. So, wir befinden uns hier übrigens auf Baku im Briar Pet. Oh, da geht's ja schon los hier. So. Und schon weiter geht's. Bauen Sie in Ihrer Sternenbasis ein Konstruktionsschiff. Tipp, Konstruktionsschiffe werden von der Sternenbasis gebaut. Hm, ein bisschen doppelt, aber okay. So. Dann gibt es hier ein paar neue Schiffe, denke ich mir zum Vorstellen. Hoppla, so. Einmal die Ventura-Klasse, das sind diese kleinen Scout-Higer hier. Die haben eine größere Aufdeckungsrate. Und die USS Avenger. Dann schifft er die Feind-Klasse. Die Feind dürfte bekannt sein aus Star Trek Deep Space Nine. Zumindest für diejenigen, die Star Trek kennen. Angegriffen! Gefechtsstationen! Bereithalten! Na? Bereithalten! Ah, darunter versteckst du dich. So, so. Oh, das hat's doch noch kapiert. Bauen Sie eine Werft. Ja, okay. Ähm, ich bin nach der Führ, dass wir zuerst mal eine... ...die Lithium-Versorgung aufbauen. Einen Leute sind dort. Bauen Sie ein. Bein angegriffen. Bein angegriffen. Station wird angegriffen. Stationsbau begonnen. Um das Wurmloch in den Gamma-Quadranten zu sperren und, was letztes Mal noch nicht verfügbar war, was ich auch schon erwähnt hatte, den Traktorstrahl des Konstruktionsschiffes, mit dem wir Schiffe abschleppen können. Station wird angegriffen. Station fertiggestellt. Okay. Fertig für die Schlacht. Stationen. Jetzt haben wir mal das Schiff und dann einfach schwächeren Schilden. Jetzt haben wir gleich noch eine zweite dazu. Meine besten Leute sind dort. So, und ein neues Gebäude haben wir auch schon. Und zwar einmal hier die Pulskanonen, die sind alle schon beschädigt. Zumindest was Schilde angeht. Aber er ist noch nicht richtig warm. Station wird angegriffen. Fertig für die Schlacht. Kein angegriffen. Neuer Kurs wird gesetzt. Botschafter, unsere Sensoren registrieren sechs zusätzliche Sona-Schiffe im Briar-Patch. Wir können nicht zulassen, dass die Sona diesen Außenposten zerstören. Alles klar. Raumschiff fertiggestellt. Aye, Sir. So, was muss man noch gar nicht erwähnt hat? Das sind übrigens für diejenigen, die sie nicht kennen. Vielleicht ist heute ein ausgezeichneter Tag zum Sterben. Die Original-Synchron-Stimmen aus den Kinofilmen und TV-Serien. Aye, aye, Sir. Bin auf Empfang. So, ja, eine Sensor-Station könnten wir auch bauen. Brauchen wir aber in diesem Fall einfach mal nicht. Weil wir fliegen nachher eh durch die Gegend, um die restlichen Schiffe aufzudecken. Ich denke mal, dass sie jetzt nicht hier noch ankommen. Aber ich werde noch zwei Schiffe zumindest bauen. Und dann fliegen wir mal los. Sensor-Stationen und die Ventura-Klasse können später, wenn wir eine Forschungseinrichtung errichtet haben, also nicht in diesem Part. Hier können wir, wie gesagt, nicht mehr bauen. Aber in späteren Spielen können die ein Tarion-Detektions-Gitter verwenden, das getarnte Schiffe ausspüren kann. 0,3. 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 Ähnlich sahen die aus, aber ich kann es nicht bestätigen. Auch die Raffinerien, ich weiß, die Sternbasis, die sah immer so aus, ja. Ähm, auch die ganzen Forschungen, also das Tarion-Detektions-Gitter meines Erachtens gab's mal, aber ist nicht dauerhaft verwendet worden. Und auch die ganzen anderen Spezialwaffen, glaube ich, eher weniger. So, dann können wir hier mal, bauen wir mal vier Define-Schiffe. Das, was ich weiß, die Define, das war das Schiff, was, ähm, wie gesagt, in Deep Space Nine und, ich glaube, im achten oder im Kinofilm verwendet wurden. Kann man schön bei Konstruktion, bei Konstruktion zusehen hier. So, eins fertig, das nächste ins Fließband. So. Gut, die, sobald wir die Schiffe dann haben, würde ich sagen, fliegen wir mal los. Und kann man sonst in die restlichen sechs Schiffe, obwohl da oben kommt gerade schon mal eines. Okay. So, da kommt sogar noch ein zweites. 3, 4, so kommen die jetzt allange geflogen, oder ist das jetzt einfach nur weitgegeben, ne? Vielleicht ist heute ein ausgezeichneter Tag zum Sterben. Hm. Neuer Kurs wird gesetzt. Steuermann, neuen Kurs setzen. Sagen Sie mir, wohin ich soll. Wenn ich verzählt habe, sind das aber schon die sechs. Sagen Sie mir, fertig, gesteht. Botschafter, eine Nachricht für Sie von Admiral Hawthorne. Worf, Sie müssen sofort nach Kronos zurückkehren. Die Enterprise hat uns soeben von einer potenziellen Invasion durch die Borg berichtet. Wenn sich dies als wahr erweist, müssen Sie für die Unterstützung des Klingonischen Reichs sorgen. Verstanden. Ich kümmere mich darum, dass Kanzler Martok und die Klingonen bereit sind, der Föderation zu helfen. Worf, Ende. Okay, das war's dann sogar schon mit der Mission. Wir mussten gleich losfliegen. Dann umhimmeln muss Moos. Bis zur nächsten Folge und lebt lang und in Frieden. Bis zum nächsten Mal.